hallo meine lieben sportfreunde ich begrüße euch zu einem neuen video auf meinem kanal heute war der 27 tag der 30 tage challenge also wir sind fast durch es kommen jetzt nur noch drei tage dann haben wir diese challenge gemeinsam durchgestanden und heute bin ich mal wieder eine etwas längere strecke gelaufen die gleiche stricke bin ich letztens schon mal gelaufen also fast identisch der einzige unterschied war dass ich hier außen lang gelaufen will also beziehungsweise hier und jetzt bin ich hier innen lang gelaufen und das hatte zur folge dass es 100 meter mehr waren also 10,2 kilometer heute das wetter war ganz gut also die sonne schien am anfang dann zum ende hin ist die sonne so ein bisschen hinter den wolken verschwommen und verschwunden nicht verschwommen und trotzdem war es relativ angenehm so zwischen 20 und 19 grad während des laufs ich bin etwas über eine stunde gelaufen aber zu den daten kommen wir gleich also heute habe ich mich ziemlich gut gefühlt ich bin relativ langsam gelaufen also das war auch meine absicht vor allen dingen bin ich extrem langsam angegangen ich hatte video gesehen wo halt der ideale fett verbrennungswert bei 60 prozent der maximal herzfrequenz liegt und da habe ich halt versucht halt ein bisschen langsamer zu laufen und ja ich glaube das ist mir auch ganz gut gelungen also ich hätte oder beziehungsweise zum schluss konnte ich sogar noch einen leichten sprint anziehen also von der erschöpfung her war ich heute nicht ansatzweise so wie sonst das wird sich gleich auch in der zeit zeigen so gucken wir mal in die aktuellen daten rein ich schiebe mich mal hier rüber in die ecke so ich habe das jetzt so verkleinert das wird tatsächlich vom ersten tag der challenge bis zum 27 tag runter gucken können also wir gucken mal ich habe endlich mal wieder ein bisschen abgenommen und zwar 300 gramm im vergleich zu gestern und auch nach dem lauf waren sogar 800 gramm weniger wie gestern ich bin aber auch mehr gelaufen 10,2 gestern nur 7,35 die zeit war 61,65 minuten und das ergibt eine durchschnitts geschwindigkeit von 6,04 wie ich sagte also relativ langsam angegangen und ja zum schluss war es dann doch recht flott also aber wie gesagt der anfang sehr sehr langsam bauchumfang ist minimal nach oben gegangen dafür ist der oberschenkel umfang minimal nach unten gegangen und die schritte anzahl war heute etwas mehr also a wie gesagt bin ich eine längere strecke wie gestern gelaufen fast drei kilometer und das sind ja auch fast auch exakt 3000 schritte und ich bin noch mal eine runde ums haus gelaufen als auslaufen sozusagen dass ich dann halt nicht so stark nach schwitze und den puls langsam runter fahre ja ich denke mal das hat mir insgesamt ganz gut getan so jetzt wenn wir mal hier runter scrollen wir haben jetzt noch den ersten den zweiten und den dritten september dann ist die challenge vorbei und dann führen wir mal gesamtbilanz und schauen was es gebracht hat ich kann nur sagen ich fühle mich gut bin zufrieden über das heute gelaufen morgen soll das wetter noch besser werden wie heute und schauen wir mal ob wir heute also die leistung von heute morgen noch mal wiederholen können also gleiche strecke wieder 10,2 werde ich versuchen aber wie gesagt wie ich mich morgen fühle wie das wetter morgen ist manchmal stimmt das ja auch nicht mit dem wetter bericht überein und dann sehen wir uns morgen wieder übrigens um 20 15 den preiskart werde ich heute streamen also falls es euch gefallen hat gerne eine bewertung da lassen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns dann vielleicht um 20 15 im live stream ciao